Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Ich wollte euch jetzt mal ganz schnell zeigen, wie man bei Affinity Designer den Hintergrund transparent macht. Es gibt im Internet sehr viele Videos für Photoshop und Paint und so, aber für Affinity Designer habe ich jetzt nichts gefunden und ich habe auch sehr lange an dem Problem gesessen und danach gesucht. Deswegen jetzt mal ganz schnell ihr geht hier oben in der Leiste auf Datei, auf Dokumenteneinstellungen, dann hier auf dem Reiter auf Farbe und hier steht transparent der Hintergrund, da macht ihr einen Haken rein, auf OK und schon habt ihr den weißen Hintergrund transparent gemacht und könnt die Schrift jetzt einfach so einfügen, ohne den Hintergrund zu haben. Schon das Problem gelöst, es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass man irgendwie die Ebene kopiert und löscht, aber das habe ich nie wirklich verstanden, auch wenn es vielleicht nicht so schwer ist, aber ich finde den Weg eigentlich ganz simpel. Das war es eigentlich schon ganz kurz und knapp. Ich werde in Zukunft noch mehr Videos zu Problemlösungen mit Affinity Designer machen, weil es einfach noch nicht so viele Videos dazu gibt, weil es einfach ein neues Programm ist oder viele Leute halt nicht das nutzen mit Mac, keine Ahnung. Und wenn ihr mal Fragen habt, so Geofilter, wie man Snapchat Geofilter macht, was ja momentan so ein bisschen in ist, aber es fehlt ja nicht angenommen werden, ihr die einschickt, die zurückkommen, ihr technische Fragen habt oder Ideen braucht und so, könnt ihr auch gerne drunter schreiben. Ansonsten war es es und bis bald.